So spannend ist es hier im Kispi. Da werden nicht nur Kinder behandelt oder Töchter ausgebildet. Die Leute hier machen die Forschung. Und das hier ist ein Laufroboter. Er heisst Lokomat. Er hilft Kinder, die z.B. mal einen Unfall hatten, wieder auf den Beinen. Und man kann sogar Spiele spielen. Die Forscher schauen, dass die Therapie mit dem Roboter immer noch besser wird. Sie macht das zusammen mit ganz vielen Leuten aus verschiedenen Ländern. Unsere rund 2000 Mitarbeiter sind innovativ. Von Petrischalen bis Laufroboter. Spitzenforschung jeden Tag. Universitär mit einer renommierten Forschungsabteilung. Wir sind in Europa die Top-Adresse für Forschung am Kind.